das ist der strand aus dem ersten teil wir reisen also in die vergangenheit also ich muss sagen das sieht jetzt schon mal schöner aus als der erste teil die truth still survives but only you remember it lightning Oh, da war die Kugel, die ich meinte. Also knüpfen wir doch an der Geschichte an, nur halt ein bisschen anders. Und Cera wird ein Kampfcharakter werden, alles klar. Sonst würde sie jetzt kein neues Kostüm kriegen. Was ist da passiert? Nein, nach oben, nach unten zu schwenken, bla bla bla. Das hätte ich gerne. Ja. Ja, natürlich. Ja. 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 Okay. Okay. Ich muss jetzt erstmal ... Wow, sieht die Schafe aus. Also erstmal will ich mal gucken, ob ich hier irgendwie ... Ach, das Kontrollers. So. War das auch mal geändert. Kann ja gar nicht angehen. Also ich werde auch mal leicht flach, ne? Alter hat die Hupen ... Dialog Trigger ... Ein Final Fantasy mit ähm ... Dialog Trigger? Wie geil ist das denn? Warum war das noch nie der Dritte? Das Traum war so familiar. Wie eine horrible Vision von Krokoons Collapse. Vielleicht war der Traum wirklich eine Vision. Vielleicht war es ein Licht in der Zukunft. Nein. Nein. Das kann nicht richtig sein. Die Lichtung ist weg. Ich transforme das in ein Pistole. Okay, wir müssen doch nochmal die Kamera ein bisschen anders stellen. Äh, Kameraeinstellung vielleicht doch Standard. Wird doch besser. Nein, was aufhirn? Nein, nein. Okay. Blödsinn. das war mir doch gerade aber die erlugt schweger wir können uns bewegen schon reis hey nice one okay da sind wie heißt ihn nur an der war du solltest auch treffen du hast du Ja, musst du wohl, ne? Die Übergänge sehen schon mal so sehr nice aus. Alles sehr dynamischer als der Vorgänger, auch die Kameraführung, viel actionreicher. Kampfserie, Balance 1000, es gibt immer noch Kristallpunkte, okay. Ich besiege alle Gegnercharakter. Anzucht. Ernst. Wächterkopf. Okay, Kampfserie. Es wird interessant mit den Klaus-Motten. Aber wo ist der Charakterausrüstung? Na gut. Wieso hat die jetzt ein Schwert? Ich denke, sie hat einen Bogen. Ich kann sie auch nicht entscheiden, was sie hat, ne? Ich erkläre das Paradigma wechseln. Achso. Okay. Wir müssen ja auch irgendwie mal die Fische kaputt bringen, ne? Ja. Okay. 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 Wir müssen mal gucken, ob wir irgendwie einen Gegenstand haben. Heiltrank da. Okay. Ich sollte je nach Gegner und Sitzung immer ein optimaler Preis benutzen und weitere Verlauungen über Blah. Ein Heiltrank haben wir gekriegt. Okay. Da ist noch ein kleines Vieh. Okay. Man kriegt so einen komischen Ring da rum. Ja, wir haben noch nicht genug. wir haben nicht genug sachen um irgendwie was in die luft jagen zu können also massenschaden zu machen ja das heißt jetzt wieder mal ein bisschen kämpfen und farmen und wie gesagt ich finde es sehr dynamischer auch generell von den haaren her von aussehen er sieht alles schon viel besser aus als vorgänger und ich schaue mal was draus wird so wir haben noch wir sollen ja alle gegner tippen aber weiterhin so beendet man den kampf erfolgreich ist der nächste kampf wieder mit voller heilung und so das ist in vergangenen spiel in der final fantasy reihen nicht so alltäglich gewesen da war das eher so dass man sich immer heilen musste und es war sehr sehr schwierig und langwierig deswegen mag ich auch die alten spiele komischerweise nicht mehr aber da wir ja den ersten teil gespielt haben wollen wir ja mindestens hier in zweiten ohne felix fäder und natürlich leitenden returns das müssen wir auch spielen hey sarah are you okay yeah macchi yeah gott go okay 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 Ich will sie raus, mit dir! Du bist okay. Sie hat einen Schlag, aber sie wird gut. Sie braucht nur ein wenig Zeit. Danke. Und danke dir. Wer auch du bist. Nein. Nein, Kreis. Okay. Und bevor ich mich vergessen, es war nicht nur ich. Wir sollten wahrscheinlich diesen kleinen Mann auch bedanken. Ta-daa! Kupal! Kupal! Wauw! Ist das ein Toilmogel? Kupal! Er ist dein Glück. Er ist dein Glück. Er ist dein Glück. Ja. Er ist diein, die mir zu kommen. Wo? Wo hast du sie gesehen? War es Valhalla? Ja. Wie hast du es gesehen? Ich habe es gesehen. Ich habe es gesehen. Ich habe meine Freundin. Sie hat dir den Mughal. Dann kam das Meteorite. Und mich mit dem. Ich glaube. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich mag diese Viecher nicht. Sie sind zu süß. Ich habe nur noch gesehen, aber ich glaube ihn. Ich glaube jede Worten, die er sagte. Auch wenn es nicht möglich sein kann. Es war nur gestern. Der Lachen auf der Lichter. Ich habe eine Worte. Wenn sie ihr gebeten für Snow und mir. Aber ich bin der einzige, der das noch nie gehört. Niemand glaubt. Es ist nur ein träum, sie sagen. Von dem ich in der Crystal. Eine Illusion. Die sagen, dass meine Frau weg ist. Drei Jahre lang hat sie sich verraten, um die Verlust der Gecoone zu stoppen. Sie kamen in die Crystal-Pillure, die den Gecoone auf der Ofen der Puls und sie schraubt beide Welten. Das ist was sie sagen. Aber auch so. ok die schatztruhen sind immer noch dieselben kleinen kugel die immer umhüpfen hat sich also nichts geändert und eine erhungenschaft geöffnet augen ok hier anscheinend kann ich mit quatschen mit denen zum beispiel es gibt also jetzt mittlerweile ausgiebige dialoge könnte es also hier mit den sprechblasen also ich habe aber jetzt keine lust mit denen hier zu sprechen wenn ihr das gerne möchte dann schreibt es doch bei youtube in den kommentaren oder hier im chat und schreibt mir so hey pano ich will gerne die dialoge alle hören dann spiele ich für euch alle dialoge ansonsten lassen wir das ganze was hier so versteckt ist vielleicht haben wir ja noch kisten irgendwie die jetzt erst kommen guck mal kuschelt hier und irgendwie fern von ihnen was ist sie aber wir sind ja zwei betten also das ist ja hier von sara und das ist von lightning aber die ist doch eigentlich doch hier mit dings zusammen mit snow das sind daraus oder ich denke die wollten heiraten was ist denn da ausgeworfen okay aber wo geht es hier aus du bist wirklich leuntin begegnet woher kommst du was das war halla für ein ort du bist ein jäger sie ist aber auch ein bisschen nicht ganz dicht in der bierne morgometer tutorial okay was soll das sein tritt ein gegner in erschein wird er von morgometer erfasst anhand der farbe des morgometer lässt sich die gefahr die von ihm ausgeht einschätzen die verarbeitung verändert sich in folgenden reifen grün der gegner ist unbeweglich privativ schläge ist möglich bei erfolgern wir werden boni vergeben der gegner ist in bewegung bereit zum kampf bei direktem gegner kontakt beginnt der kampf unter neutraler bedingung roter zieht es ab der abgelaufen gegner ist im vorteil und landet den ersten treffer der kampf fängt nachteilig für die gefährten an und kann nicht neu begonnen werden gegnern die sich im wirkungskreis des morgometer befinden können attackiert werden greift mit a an sobald sie einen gegner vor dir befinden indem man den wirkungskreis des morgometer verletzt kann man den gegner entfliehen also gleichzeitig im test auch noch ok ich werde aber auch mal wissen wie mit einem die 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 dann mit holl z mit mit die die ich glaube man kann zum jetzigen zeitpunkt noch keine kristallpunkte verteilen aber man muss aktiv springen das ist muss ich früher nicht was Das sieht echt cool aus. Wenn ihr habt, was ihr habt, was ihr habt? wir gehen mal außen rum ich will mir das noch ein bisschen hier genießen ist die serie hochtreiben eisenreifen habe ich recht ok das ding kommen wir nicht dran haupt und hof ok das ist also neutral haupt jetzt gibt es denn karte von neobut erhalten das heißt die umgebungskarte zeigt die positionen sowie an und bieten einen überblick umgeben und bla 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 weiß wir haben sie aufgedeckt da sind noch seitenarmes das ist interessant aber ich möchte mal gerne ausrüsten schilder die schilder sind wirklich ja Was ist das denn? Das ist ja interessant. Quietsch, quietsch. Ein Stuhl, der quietsch. Das ist ja ein Klick, kann man hier was machen? Nö. Aber, was kann man öffnen? Anüsator. Was ich hier interessant finde, sind sie so? Kann man schon auch hier was später machen? Wow, 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 wow. Das ist ja auch vorbei, der Kampf. Ich habe eine Phoenix-Feder gekriegt. Gucken wir mal einfach, was da an hier geht. Da ist nichts. Ja, das ist interessant. Das sind also diese Phasen. Wow. Vielleicht mal 20 Viecher. Aber wie wir schon immer gelernt haben, immer schön alle Kämpfe mitmachen. Und wir brauchen die Punkte. Auch wenn ich bis jetzt noch nicht weiß, wie ich die einsetze. Okay. Hä? Ich habe noch keinen Plan, warum, weshalb ich laufe. Aber hier. Nicht in ein Klick oder nicht. Hey, Huge. Hey. So, das ist der fameuse Noah, hm? Ja. Ich glaube, die Nachrichten schnell reint. Der Bruder meinte, dass ich mich aufhörte. Ich bin Huge. Schön, dass ich dich. Hey. Gleichfalls. Was ist mit den neuen Stylenten, Sarah? Nicht genau wie du sie aufhörte und aufhörte die Stadt. Ich bin dafür, dass ihr Y nehmen möchtest du sie auch mal anprobieren? Hm? Du willst sie versuchen? Die sind vielleicht besser auf dich. Ich glaube nicht. Wir wollen dir zeigen. Okay. Ich hätte besser gehen können. Wir sehen uns später. Bye. Komischer Mensch. What? Immer wieder was. Da. Ich glaube ich. Hier liegt eine kiste vorbei. Föxx wieder. Oh! Einige Bereiche haben sich über Jahre lang gedauert, aber andere Sachen haben überhaupt nicht verändert. Also, diese Bereiche sind aus verschiedenen Zeitlinien. Realität, die zusammenbauen. Wie zwei Ägern über Latte. Ist das richtig? Genau, genau so. Aber ich würde mich eher interessieren, wo der Mitoid herkommt.